Seit drei Jahren gibt es keine Ernte mehr. Nur wenige von uns haben überlebt. Manche sagen, dass es über der Baumgrenze wieder regnet. Ich glaube nicht daran. Ich habe draußen einen Vogel gesehen. Der Vögel nicht gleicher wie wir. Siehst du, das ist ein Zeichen. Was ist, wenn es da oben nicht besser ist? Na, die Vögel, die wissen, wo das Wasser ist. Wir wurden überfallen. Die kommen alle paar Wochen runter. Die fangen Leute ab und verschwinden wieder. Ich muss meine Schwester finden. Leonie! Wo ist Leonie? Fahr los! Ich habe Rauch gesehen, ungefähr drei Kilometer in diese Richtung. Ich tue dir nichts. Im Gegenteil. Was macht ihr hier? Du bist schnell weg. Die Sonne wird dich verbrennen.